Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt, für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja? Ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Okay. Hier, Jörn. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Ayers, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Pager 01 in Bereitschaft. Alle Kapseln einsatzbereit. Verstanden Landung in den Landvertrag 3159. Wiederhole 3159. Überprüft und verifiziert. Achtung! Alle Mann festhalten! Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey! Sieh dich auf der anderen Seite. Spaceman! Schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor! Festhalten! Mitchell! Das Schock schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Landevektor, zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Achtung! Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Wetter Druck! Die Portfolianer sind in die Stadt eingedrungen und nähern sich ihrer Position. Verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Vorsicht! Mist. Okay. Wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam einstoßen. Ja, Sir. Ja, Sir. Das war's. Auf dieser Seite geht es steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Sprengt, Mitchell! Der Kommando kommt... Macht eure Booster bereit. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Alles klar? Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Hier, Rhinon 2. Wir sind auf 25 feindliche Panzer gestoßen. Zehn Kilometer östlich von der Opserabzweigung. Die Panzer werden von 1.500 Fußsoldaten veröffentlicht. Hab eine Opser-Arter-Ere! Recher-Trupp. 2-2-7. Recher-Trupp. 2-2-7. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr werdet tot. Wie ist deren Position? Zwei Kilometer dort westlich. Platz 775. Okay, wir rücken ab. Verstanden. Haltet die Augen offen. Waffen sie! Waffen sie! Waffen sie! Haltet die Augen offen. Abwechslung Jemand anders geschützt! 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 Jemand an das Geschütz! Halte die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Sie sind überall! Ich krieg keine Erfassung! Auch die Drohnen! EMP bei 50 Prozent! BMP geladen! Abfeuern! Nehmen schweren Schaden! Danke für die Hilfe, Badger-Team! Prima, Soldat! Mitchell, hier drüben! Setz die Booster ein! Bring über den Truck, Mitchell! Die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Sie sind überall! Ich krieg keine Erfassung! Auch die Drohnen! EMP bei 50 Prozent! EMP geladen! Abfeuern! Nehmen schweren Schaden! Scheiße, nehmen zu viel Schaden! Jurgen! Schade! Jetzt... ...werg zu sein. 后 speaker ist ... Hoch, hoch, hoch! Wir müssen durch dieses Hotel! Wir müssen durch dieses Hotel! Feindern, da seien Sie sich welche ab!